Herzlich willkommen zur dritten Session von Science of Diving, dem kleinen Programm, das wir machen, statt tauchen zu gehen. Hilft ja gerade nix. Und zwar möchten wir heute uns ein Thema anschauen, das viele Taucher immer wieder beschäftigt und über das man, glaube ich, auch lange, lange intensiv immer wieder diskutieren kann. Wir wollen heute dabei erstmal die Grundlagen gucken, nämlich Dekotheorie. Die Frage, was passiert eigentlich in unserem Körper und was macht eigentlich der Stickstoff, während wir gemütlich Fische gucken unter Wasser? Das, was wir heute anschauen werden, sind erstmal die Grundlagen. Welche Modelle gibt es denn, die die Stickstoffaufnahme und die Abgabe beim Tauchen beschreiben können? Was ist ein M-Wert? Also was begrenzt unsere Tauchgänge, die Zeit unserer Tauchgänge? Und was ist der Unterschied zwischen Blasenmodellen und Sättigungsmodellen? Da machen wir dann auch schon einen kleinen Ausblick auf Gradientenfaktoren, die wir dann beim nächsten Mal nochmal genauer anschauen. So, schauen wir mal nach den ganz einfachen Grundlagen dessen, was wir hier beschreiben. Wir wissen alle, während wir unter Wasser sind, während wir tauchen sind, nehmen wir Stickstoff auf. Stickstoff ist ein Gas, ein Inertgas, also ein Gas, das vom Körper nicht benutzt wird. Es wird einfach nur aufgenommen und wieder ausgeschieden. Und aufgenommen wird das in dem Maße, in dem der Druck des Gases, das wir jetzt in der Lunge haben, des Gases, das wir einatmen, größer ist als der Druck des Gases in unserem Körper. Das findet, was ihr in dem Bild sehen könnt, zuerst mal statt in der Lunge. Also wir atmen Luft ein, zum Beispiel, haben dort 0,79 Bar Stickstoff an der Oberfläche. Ungefähr das, ungefähr das haben wir dann auch in unserem Körper. Jetzt tauchen wir ab und der Druck steigt. Also auf 10 Meter haben wir schon den doppelten Stickstoffpartialdruck. Und dadurch wird der Stickstoff sozusagen in unseren Körper reingepresst. Das Blut sättigt sich zuerst, nimmt den Stickstoff auf mit dem Druck, der von außen anliegt und verteilt es von dort aus weiter im ganzen Körper. Daraus hat, wir sind mal wieder bei einem der alten weißen Männer, die den Themen ihre Namen geben, nämlich Haldane. Der war der Erste, der fürs Tauchen ein Gewebesättigungsmodell entwickelt hat. Und zwar ist es ja so, dass wir nicht abtauchen und zack, haben wir den Stickstoff in demselben Druck in unserem Körper, sondern der Übergang vom Stickstoff in die Gewebe, der Übergang in unseren Körper ist ein langsamer Prozess, der in bestimmten Teilen des Körpers mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten stattfindet. Das heißt, man muss rechnen, dass Teile unseres Körpers sehr schnell die Sättigung erreichen zu dem Druck, bei dem wir uns gerade befinden und andere Teile sehr, sehr lange brauchen. Er hat deshalb theoretische Gewebe entwickelt. Gewebe in diesem Sinne sind wirklich ein theoretisches Konstrukt. Das entspricht nicht eins zu eins Teilen unseres Körpers, sondern das ist ein Modell, mit dem man rechnen kann. Das besteht aus sehr schnellen Geweben. Das schnellste, was Bühmann dann später verwendet hat, sind vier Minuten. Aus mittleren, die so im Bereich 20 bis 60 Minuten und ein ganz langsamer Gewebe mit einer Halbwertszeit von bis zu zehn Stunden und sogar ein bisschen mehr. Was sind diese Gewebe? Was beschreibt das? Wie können wir uns das vorstellen? Wir haben, also diese Gewebe werden mit einer Zeit versehen, einer Halbwertszeit. Das Fünf-Minuten-Gewebe, das Zehn-Minuten-Gewebe, das 20-Minuten-Gewebe, das 600-Minuten-Gewebe. Diese Zeit bedeutet, dass ein also ein Fünf-Minuten-Gewebe braucht fünf Minuten, um auf den halben, also um die Hälfte der Druckdifferenz zu überwinden. Also ich stelle mir vor, ich beame mich auf 40 Meter und nach fünf Minuten ist dieses Fünf-Minuten-Gewebe auf 20 Meter angekommen von der Sättigung her. Ich finde, so kann man sich das ganz gut vorstellen. Nicht hundertprozentig korrekt, aber für die Vorstellung reicht es. Was ihr auf dieser Grafik sehen könnt, soll dabei helfen, sich vorzustellen, wie unterschiedlich schnelle Gewebe sättigen. Wir haben jetzt hier drei Gewebearten. Jede dieser einzelnen Säulchen ist ein Gewebe. Die ganz links, das Fünf-Minuten-Gewebe, dann das 20-Minuten-Gewebe und dann das 60-Minuten-Gewebe. Und je heller es wird, umso mehr Zeit ist vergangen. Die unterschiedlichen Farben summieren sich. Also wir beginnen mit den ersten fünf Minuten, das ist der unterste Teil von jedem dieser Gewebe, wo wir sehen können, dass das Fünf-Minuten-Gewebe, das sehr schnelle, schon relativ weit aufsättigt. Das 20-Minuten-Gewebe viel weniger und das 60-Minuten-Gewebe hat gerade erst angefangen zu verstehen, dass wir jetzt abgetaucht sind. Nach zehn Minuten hat das Fünf-Minuten-Gewebe zwar schon deutlich entschleunigt, sättigt aber immer noch massiv weiter auf. Die anderen auch, aber die anderen noch etwas konstanterer Geschwindigkeit und natürlich viel weniger. Nach 20 Minuten ist das Fünf-Minuten-Gewebe schon ziemlich weit gekommen. Man kann davon ausgehen, dass nach sechs Halbzeiten ein Gewebe ungefähr an der Sättigung angekommen ist. Also danach passiert nichts Relevantes mehr. Das heißt, das Fünf-Minuten-Gewebe hat nach 20 Minuten schon einen großen Teil der Sättigung hinter sich, wohingegen die langsameren Gewebe immer noch am aufsättigen sind, also noch lange nicht hinterher kommen. So, das ist jetzt so lange wir unter Wasser sind, ziemlich egal. Da kann auch das 60-Minuten-Gewebe, da kann auch das 600-Minuten-Gewebe einfach weiter sättigen. Stört überhaupt nicht. Die Probleme, die möglichen Probleme entstehen ja erst dann, wenn wir wieder auftauchen und anfangen zu entsättigen. Was wir jetzt hier sehen können ist, wir gehen aus von dem, was die Gewebe nach zehn Minuten unter Wasser erreicht haben. Das ist jetzt das ganze Türmchen, mit dem ich hier die Entsättigung durchspiele. Da ist natürlich das Fünf-Minuten-Gewebe schon sehr viel voller, sehr viel höher. Das 20-Minuten-Gewebe noch lange nicht so gesättigt und das 60-Minuten-Gewebe hat halt nach wie vor gerade erst angefangen. So, der oberste Teil, also wir stellen uns jetzt vor, wir sind auf der Sättigung, die wir nach zehn Minuten erreicht haben und zack, wir beamen uns wieder in die Oberfläche. Einen langsameren Aufstieg, den wir normalerweise machen, müsste man da anders wegrechnen und das wird mir zum Ausrechnen zu kompliziert. Ist auch gar nicht notwendig, um das Prinzip zu verstehen. Wenn wir fünf Minuten wieder an der Oberfläche sind, fällt das oberste Teil, das, was jetzt fast weiß ist, weg. Das haben wir schon wieder entsättigt. Was wir hier sehen können, ist, dass nach nur fünf Minuten ist das Fünf-Minuten-Gewebe und das 20-Minuten-Gewebe noch ähnlich gesättigt, obwohl das Fünf-Minuten-Gewebe ja mit einer sehr viel höheren Übersättigung hochgekommen ist. Nach nochmal fünf Minuten haben wir im 20-Minuten-Gewebe noch mehr Stickstoff als im Fünf-Minuten-Gewebe. Das bedeutet, das 20-Minuten-Gewebe wird jetzt zum Führungsgewebe und unsere weitere Entsättigung und was wir jetzt weiter tun können, das bestimmt sich jetzt an dem 20-Minuten-Gewebe, weil das Fünf-Minuten-Gewebe schon lange sicher ist. So, jetzt stellt sich natürlich die Frage, was ist denn eine Übersättigung, die man so aushalten kann? Und hier kommen wir ans Thema der M-Werte. M-Wert für die maximale Übersättigung, die ein Gewebe aushalten kann, ohne dass das Risiko einer Deko-Krankheit inakzeptabel hoch wird. Bedeutet, jedes Gewebe hat eine Grenze, eine Übersättigung, die es beim Auftauchen an die Oberfläche ertragen kann. Und diese Übersättigung ist unterschiedlich hoch. Für ein schnelles Gewebe ist es möglich, ein bisschen mehr Überdruck zu ertragen. Und zwar deshalb, weil das schnelle Gewebe natürlich diesen Überdruck auch schneller wieder abarbeitet, also schneller wieder los wird. Wohingegen je langsamer ein Gewebe wird, umso niedriger ist auch die Toleranzgrenze für Überdruck dieses Gewebes. Weil es eben auch unendlich lange dauert, bis das wieder entsättigt. Diese M-Werte sind jetzt auch wie eigentlich alles gar kein Naturgesetz. Die sind uns halt irgendwie so zugelaufen. Also die sind Ergebnis einer Risikoabwägung. Also das ist so die maximale Grenze, von der man davon ausgeht, dass man nicht allzu viele Fälle von Deko-Krankheit hat. Das heißt nicht, es gibt keine Deko-Krankheit mehr. Das heißt nur, wir sind in dem Bereich eines Risikos angekommen, dass man für tolerierbar hält oder zumindest für tolerierbar gehalten hat, ganz am Anfang. Wir werden immer vorsichtiger. Das heißt, wir werden das später noch sehen. Inzwischen werden diese Grenzen schon nicht die ursprünglichen M-Werte, die mal ausgedacht wurden, schon nicht mehr als so sicher angesehen, was vielleicht was damit zu tun hat, dass wir einfach nicht mehr bereit sind, so einfach Krankheiten in Kauf zu nehmen, die man vor 50 Jahren noch einfach für tolerierbar gehalten hätte. So. Um das Ganze nochmal ein ganz kleines bisschen weiter in eine Tauchpraxis zurückzuholen, wollen wir uns jetzt nochmal anschauen, wo denn diese M-Werte eigentlich in unserer Praxis auftauchen. Und zwar übersetzen die M-Werte sich in Nullzeitgrenzen. Wenn ihr hier mal auf diese Tabelle guckt, ist die Paddy-Tabelle, die ich zum Erklären immer ganz gerne benutze, weil die so schön feingliedrig ist. Wenn ihr euch das mal anguckt, seht ihr, dass ihr zum Beispiel bei 40 Meter Tiefe eine Nullzeitgrenze, das ist das schwarze Feld, von nur neun Minuten habt. Das heißt, wir müssten nach neun Minuten wieder auftauchen, obwohl wir bis dahin erst in Wiederholungsgruppe G sind, also noch in einer ganz niedrigen Wiederholungsgruppe. Da fragt man sich natürlich, warum darf ich denn auf 15 Meter tauchen, bis ich in XYZ bin, und warum muss ich auf 40 Meter schon so früh wieder hoch? Ich bin doch noch gar nicht gesättigt. So ist man wirklich nicht, sondern das schnellste Gewebe ist so weit gesättigt, dass sein M-Wert erreicht ist. Das schnellste Gewebe ist an einem Punkt einer kritischen Übersättigung angekommen. Das heißt, wenn wir jetzt direkt aufsteigen, langsam aber sicher ist noch alles gut, wenn wir jetzt länger unten bleiben, müssten wir beim Aufstieg dafür sorgen, dass dieses schnellste Gewebe wieder entsättigt wird, bevor wir an die Oberfläche kommen und bevor wir den kompletten Druckunterschied bis zur Oberfläche haben. Was aber auch bedeutet, dass wenn wir nach neun Minuten von 40 Meter ein bisschen auftauchen und nicht bis an die Oberfläche, sondern dann auf 15, 20 Meter noch ein bisschen weiter tauchen, dass das völlig in Ordnung ist. Ihr könnt in der Zeile mit den neun Metern mit der Nullzeitgrenze, wo das G steht, einfach ein bisschen weiter nach links gehen, zum Beispiel bis auf 20 Meter. Seht dort 20 Minuten, das heißt im Prinzip die neun Minuten, die wir auf 40 verbracht haben, ist so, als wenn wir jetzt schon 20 Minuten auf 20 Meter gewesen wären und wir können dann da einfach nochmal 10, 15 Minuten dranhängen auf 20 Metern und kommen immer noch nicht in einen kritischen Bereich, weil jetzt wir schon wieder so flach sind, dass diese schnellen Gewebe schon anfangen zu entsättigen. Die waren vorher auch schon weiter aufgesättigt als diese 20 Meter, fangen jetzt langsam an zu entsättigen, machen uns also keine weiteren Probleme mehr. Und wenn wir jetzt auf den 20 Metern an die Nullzeitgrenze rankommen, dann ist es ein anderes Gewebe, eins der langsameren, die jetzt an ihren M-Wert rankommen und die jetzt an eine kritische Übersättigung rankommen. Je weiter wir auftauchen, umso mehr übernehmen langsamere Gewebe hier die Führung und begrenzen unsere Zeit. Es ist also nicht dasselbe Gewebe, das uns immer sagt, dass wir jetzt auftauchen müssen, sondern je nachdem, auf welcher Tiefe wir uns gerade befinden, sind es unterschiedliche Gewebe, die als Führungsgewebe gelten, also die jetzt gerade die Grenze markieren. Ja, hallo auch von mir und was ich mir jetzt mit euch angucken möchte, das ist erstmal ein relativ einfaches Diagramm, in dem wir darstellen können, was während eines Tauchgangs passiert. In dem Diagramm haben wir eine x-Achse, da ist der Umgebungsdruck aufgetragen und eine y-Achse, und die stellt den Druck im Gewebe dar. Jetzt gibt es natürlich in diesem Diagramm dann eine Linie und auf dieser Linie ist das Gewebe gesättigt, sprich es gibt keinen Druckgradienten für das Gas rein oder raus aus dem Gewebe. Das ist diese Linie hier eingezeichnet. Und auch klar, denke ich dann aus diesem Zusammenhang, diese Linie unterteilt also dieses Diagramm in zwei große Bereiche. Den hier grün dargestellten Bereich, in dem die Gewebe aufsättigen, in Erdgas aufnehmen und den rot dargestellten Bereich, in dem die Gewebe übersättigt sind. So, jetzt gucken wir uns mal an, was in diesem Diagramm geschieht, wenn wir abtauchen. Das ist der grüne Pfeil, der hier eingetragen ist. Abtauchen, klar, Umgebungsdruck nimmt zu. Und natürlich, bereits während wir abtauchen, das dauert ja eine gewisse Zeit, das geht nicht beliebig schnell, nehmen die Gewebe auch Gas auf. Und ganz präzise betrachtet würde das natürlich beschrieben werden von den entsprechenden Sättigungsfunktionen. Aber um dieses Diagramm so ein kleines bisschen übersichtlich zu halten, habe ich jetzt einfach mal einen geraden Pfeil da reingezeichnet. Und ihr seht auch, die Zunahme der Sättigung der Gewebe, die ist natürlich während des Abtauchvorgangs vergleichsweise klein, weil das Abtauchen relativ schnell geht. Wenn wir aber jetzt auf einer bestimmten Tiefe ein kleines bisschen verharren, Tiefe nicht mehr ändern, dann passiert Folgendes. Die Gewebe nehmen Gas auf, bewegen sich also sozusagen in Richtung der Linie mit der Sättigung der Gewebe. So, und jetzt wollen wir vielleicht aber nicht in dieser hier eingezeichneten Tiefe bleiben, sondern noch ein bisschen tiefer abtauchen und da dann eine ganze Weile verharren. Und das seht ihr dann, wenn wir lang genug bleiben auf der Tiefe nun, dann werden die Gewebe, die wir hier betrachten, irgendwann den Sättigungszustand erreichen. Ganz genau betrachtet ist das jetzt sozusagen ein Gewebe, das hier vollständig gesättigt ist. Ihr erinnert aus dem ersten Teil des Vortrages, da gibt es natürlich verschieden schnelle Gewebe und während vielleicht ein schnelles Gewebe schon gesättigt ist, befinden sich mittlere und langsamere Gewebe noch auf dem Weg zur Sättigung hin. Aber der Einfachheit halber bleiben wir jetzt mal bei dem Gewebe, das hier an dieser Stelle gesättigt wäre. So, jetzt kann natürlich unser Tauchgang nicht beliebig lange dauern. Irgendwann müssen wir ans Auftauchen gehen. Und was passiert, wenn wir auftauchen? Nun, klar, der Umgebungsdruck nimmt ab und dementsprechend, seht ihr jetzt anhand dieses roten Pfeils, den ich eingetragen habe, bewegen wir uns dann also in den Bereich des Diagramms, in dem eine Übersättigung vorhanden ist. Wie weit wir in diesen Bereich hineingehen, das hängt natürlich erstmal davon ab, wie schnell und wie weit wir auftauchen. Kann also ein bisschen weiter sein. Das kann im Ernstfall sogar, zum Beispiel bei einem Panikaufstieg bis an die Oberfläche führen. Und ihr seht schon, in diesem Fall würden wir die Oberfläche mit einer enormen Übersättigung erreichen. Und das wäre ganz sicher problematisch. Jetzt ist natürlich die Frage, wie weit wollen wir uns in diesem Bereich vorwagen, der Übersättigung. Sicher nicht so ohne weiteres bis zur Oberfläche. Und wir haben ja Optionen, das auch zu vermeiden. Wir können jederzeit während des Auftauchvorgangs Stopps einlegen. Und ihr seht, was dann passiert. Während des Stopps entsättigen die Gewebe, bewegen sich also in Richtung der Linie zurück und die Übersättigung sinkt. So sähe also ein Stopp während des Auftauchens aus. Beispielsweise ein Dekostopp. Ja, und die Frage, die ich gerade schon aufgeworfen hatte, wie weit wollen wir uns also in diesen Übersättigungsbereich hineingehen? Nun, das ist letzten Endes eine Frage, die beantworten uns die jeweiligen Modelle. Wenn wir also die M-Linie in dieses Diagramm einzeichnen wollten, dann könnte die zum Beispiel so aussehen, wie diese gepunktete Linie hier. Und wenn man beispielsweise mal jetzt sich vorstellen würde, das wäre also die M-Linie aus einem Bühlmann-Modell. Klar, dann hieße das, wenn ich exakt entlang der Linie dieses Modells austauchen wollte, dann könnte ich so weit auftauchen, bis während des Auftauchvorgangs die M-Linie erreicht wird. Dann müsste ich einen Stopp einlegen, warten sozusagen, bis genügend Übersättigung abgebaut ist, um ein Stückchen weiter auftauchen zu können, dann wieder die M-Linie zu erreichen, dann wieder ein Stückchen weiter auftauchen und schließlich über diesen Prozess die Oberfläche zu erreichen mit einer Übersättigung, die kleiner oder höchstens so groß ist wie der M-Wert an dieser Stelle. Sprich, Deko-Stops, der erste Deko-Stop müsste eingelegt werden, wenn man exakt bis zur M-Linie tauchen wollte, an der Stelle, an der man beim Auftauchvorgang das erste Mal die M-Linie erreicht. Und der letzte Deko-Stop, der müsste so bemessen sein, dass man die Oberfläche mit einem Übersättigungswert kleiner als der M-Wert erreicht. Jetzt ist vielleicht sehr klar, dass das alles keine exakten, harten Grenzen sein können. Vielmehr muss man sagen, es gibt immer ein von null verschiedenes Risiko bei allem, was wir tun. Und wie ich das jetzt mal mit diesen Pfeilen versucht habe zu skizzieren, wird dieses Risiko größer, je weiter wir uns in den Übersättigungsbereich vorwagen. Und wird natürlich auch immer größer, je weiter wir uns der M-Linie nähern oder sie gar überschreiten. Und tatsächlich ist das so, dass Stops wirklich erst beim Erreichen der M-Linie bereits den ursprünglichen Autoren der Modelle sehr riskant erschienen und nicht empfehlenswert. Und hinzu kommt an dieser Stelle noch was anderes. Nämlich unser Wissen darum, dass im menschlichen Körper relativ komplexe Prozesse ablaufen. Und unser Wissen darum, dass auch nach einem normalen Austauschvorgang wir Taucher manchmal Bläschen im venösen Blutstrom haben. Und irgendwann natürlich dann auch der Wunsch auf Modellierungsseite, ja, diese Bläschen und ihr Wachstum sozusagen zu verfolgen und möglichst das Wachstum der Bläschen schon in einem ganz frühen Stadium zu unterbinden. Und das hat dann zu einem Ansatz geführt, der ist auch qualitativ verschieden von den Modellen, wie sie auf Haldain und Bühlmann und andere zurückgehen, nämlich zu den Blasenmodellen. Die eine Zeit lang einen ziemlichen Auftrieb erfahren hatten. Auch so mit dem Argument, ja, dass man statt das Blasenwachstum erst mal zuzulassen und später dann Stops einzulegen, um doch wieder die Welt in Ordnung zu bringen. Also sozusagen statt so eine, ja, ein bisschen abwertend ausgedrückt, statt eine Bandonment-Strategie zu verfolgen, wenn man doch gleich versuchen könnte, das Blasenwachstum zu begrenzen, im Idealfall zu unterbinden. Und eine zweite Denkschiene, die auch also in die Richtung geht, dass die Modelle sicherlich das, was passiert, nicht perfekt abbilden können ist. Wenn man sich jetzt mal anguckt, in den Bühlmann-Modellen haben wir parallele Compartments, also parallele sozusagen Modellgewebe, die also untereinander nicht kommunizieren, untereinander keine Sättigung austauschen und deren Sättigung und Entsättigung limitiert ist von der Perfusion. Und das ist so das zweite von oben sozusagen, was hier in diesem Bildchen dargestellt ist. Und man sieht aber, da gibt es natürlich andere Möglichkeiten, wie das auch sein könnte grundsätzlich. Man könnte parallele Compartments haben, die untereinander aber Sättigung austauschen können. Man könnte eine Kombination von seriellen und parallelen Compartments haben, nur als Beispiele. Wir müssen also damit leben, dass so ein Modell den menschlichen Körper nicht perfekt abbildet und dass da Unsicherheiten bleiben. Und daher vielleicht in die ein oder andere Richtung der Wunsch entsteht, die Modelle modifizieren zu können, vielleicht auch konservativer machen zu können. Ja, zu den Blasenmodellen nochmal. Also die Sache, die man sicherlich immer im Kopf behalten muss, ist, dass Blasenbildung vergleichsweise schwierig zu verstehen ist. Und dass wir aber wissen, dass wenn Blasen einmal da sind, sie natürlich auch nicht ganz leicht wieder zum Verschwinden zu bringen gehen. Idealerweise natürlich durch den Lungenfilter dann aus dem Blutstrom entfernt werden. Und Modelle, die so dieses Blasenwachstum versuchen zu tracken, das wären zum Beispiel VPMB oder das RGBM, das in der einen oder anderen Variante in vielen Sporttauchcomputern auch verwendet wird. So eine Eigenschaft dieser Blasenmodelle war tatsächlich, dass sie im Vergleich zu den unmodifizierten Bühlmann-Modellen relativ tiefe erste Deko-Stops berechnet haben. Und da gab es eine Zeit, da hatte das, sagte ich schon, einen gewissen Appeal. Und da hat man sich überlegt, könnte man nicht die Bühlmann-Modelle vielleicht so modifizieren, dass man da eben auch tiefere erste Deko-Stops erreicht. So dieses Verhalten der Blasenmodelle ein bisschen zu emulieren. Und das kann man tatsächlich, das und noch einiges andere, indem man sogenannte Gradientenfaktoren einführt. Zwei Stück, einen GF-Low und einen GF-High. Und damit ist es tatsächlich möglich, das Verhalten der Modelle deutlich und teils auch qualitativ zu modifizieren. Das geht folgendermaßen. Hier am Beispiel mal von einem GF-Low von 40 und einem GF-High von 80 gezeigt. GF-Low 40 heißt, der erste Deko-Stopp wird schon durchgeführt bei Erreichen von 40% des M-Wertes, um auftauchen. Und GF-High von 80 heißt, bei Erreichen der Oberfläche wollen wir nur 80% des M-Wertes haben. Und nun ist klar, diese beiden Punkte linear legen einer gerade fest. Wir können also eine neue Linie in dieses Diagramm jetzt einzeichnen, die 40-80-Linie in dem Fall. Und jetzt können wir entlang dieser Linie austauchen. Das sähe dann also folgendermaßen aus. Und man sieht, denke ich, sehr schön, dass das in dem Fall tatsächlich dazu führt, dass der erste Stopp tiefer liegt, als wenn wir bis zur M-Linie austauchen würden. Und dass insgesamt natürlich auch in dem Fall jetzt konservativer getaucht wird, mehr Dekozeit verwendet wird. Die Frage, die sich damit aber natürlich verbindet ist, ist das in jedem Fall konservativer? Intuitiv würde man vielleicht erstmal dazu neigen zu sagen, naja, klar, wenn ich weiter von der M-Linie wegbleibe, wird der Tauchgang vermutlich konservativer. Da muss man aber tatsächlich dazu sagen, das kann ein Druckschluss sein. Und zwar deshalb, weil tiefe Deko-Stops eventuell dazu führen können, das mittelschnelle Gewebe weiter aufsättigen. Und das ist eine Frage, die müssen wir sicherlich im Hinterkopf behalten und uns da bewusst sein, dass es da keine ganz einfache Antwort darauf gibt. Wir wollen jetzt zum Schluss nochmal auf eine andere Darstellungsform kommen, die uns auch in der nächsten Session ein bisschen helfen wird, weil wir da mit einem Planungsprogramm ein bisschen operieren wollen. Damit wir uns auf eins einigen können und keine Kosten entstehen, haben wir uns für Subsurface entschieden. Der Link, wo man das runterladen kann, ist unten da. Subsurface ist ein sehr gutes Planungs- und Logbuchprogramm, das eine sehr schöne Grafik hat, also sehr anschaulich macht, was unter Wasser eigentlich passiert. Und außerdem den immensen Vorteil hat, dass es einfach kostenlos ist. Also es ist eine Open-Source-Software und ja, jeder kann sie sich einfach runterladen, benutzen. Und ich finde, sie funktioniert einfach hervorragend, hat eine Menge Einstellmöglichkeiten, lohnt sich auf jeden Fall. Würde ich auch jedem empfehlen, sich runterzuladen vor der nächsten Session, weil wir da damit auch ein bisschen noch spielen wollen. Was diese Software liefert, ist eine Darstellungsform der Gewebesättigung, die sehr plastisch ist, nämlich die sogenannten Heatmaps. Das ist dieser Streifen, der bunte Streifen, den ihr hier unter dem Tauchgang seht, den ich von meinem Computer mal runtergeladen habe. Und was diese Heatmaps machen, ist, dass sie uns anzeigen, in welchem Moment welches Gewebe noch am Aufsettingen ist und in welchem Moment es wieder am Endsettingen ist. Wir schauen uns dafür mal kurz die Legende an, wie das denn, was genau was heißt. Und zwar könnt ihr hier sehen, dass dieses Heatmap der Streifen eigentlich aus einer ganzen, aus unterschiedlichen Reihen an Geweben bestehen. Und zwar ganz oben sehen wir die sehr schnellen Gewebe und ganz unten sehen wir die langsamen Gewebe. Und dazwischen geht es halt, wird es, geht es langsam von schnell zu langsam. Und für jedes einzelne dieser Gewebe wird jetzt angezeigt, ob dieses Gewebe gerade aufsättigt oder entsättigt. Das Aufsättigen zeigt sich in den blauen bis hin zu, also von hellblau bis lila und dann schwarzen Farben. Schwarz bedeutet, jetzt ist dieses Gewebe komplett auf dieser Tiefe aufgesättigt. Hellblau heißt, das ist gerade erst am Anfang noch nicht viel passiert. Und die Entsättigung wird dann angezeigt in grün, gelb, roten Farben. Wobei hier die Farbe zeigt, an wie viel Prozent des M-Werts dieses Gewebe denn gerade rankommt. Bedeutet, grün heißt ja, entsättigt gerade aber zu einem sehr niedrigen Prozentsatz noch, also bei 20 bis 40 Prozent. Dann geht es in gelb über, geht in orange über und ist schlussendlich bei rot. Rot bedeutet, man hat jetzt tatsächlich die 100 Prozent des M-Werts gerade erreicht. Wenn es dann von rot sogar in weiß übergeht, ist der M-Wert überschritten und man hat eventuell tatsächlich ein Risiko, dass sich jetzt gerade Blasen entwickeln, dass jetzt gerade eine Deko-Krankheit entsteht. Wir schauen uns das nochmal an. Was man bei diesem Tauchgang jetzt sehen kann, ist, dass die ganze Zeit, während wir unten sind, sättigen unsere Gewebe auf. Alle. Die langsameren Gewebe, also die, die unten in dem Heatmap sind, bleiben in einem helleren Blauton. Das heißt, sie sättigen noch sehr viel, sie sind noch lange nicht, noch lange, lange, lange nicht an irgendeiner Sättigungsgrenze angekommen für diese Tiefe. Und in dem Moment, in dem wir anfangen aufzusteigen, kommen wir irgendwann an den Punkt, dass die schnelleren Gewebe jetzt auf schwarz und dann auf grün umschlagen. Das ist so ungefähr auf halbem Weg des Aufstiegs. Das ist also nicht direkt, wenn wir den Aufstieg beginnen, sondern erst dann, wenn wir den Punkt überschreiten, bis zu dem dieses Gewebe jetzt schon gesättigt ist. Also wir sind so ungefähr den halben Weg wieder oben, wenn die ersten Gewebe anfangen zu entsättigen. An diesem Punkt sind aber die langsameren Gewebe tatsächlich immer noch am Weiteraufsättigen, weil die sind noch gar nicht so weit, dass sie jetzt entsättigen. Die sind auf dieser Tiefe noch überhaupt nicht angekommen. Also wir sehen, dass relativ spät erst wirklich auf den letzten Metern auch die mittleren Gewebe anfangen zu entsättigen. Und tatsächlich ist es erst bei Erreichen der Oberfläche so weit, dass die auch die allerlangsamsten Gewebe mit der Entsättigung anfangen. Was wir hier sehen können, ist, dass wir gegen Ende, die dadurch, dass wir so lange sehr flach waren, die allerobersten, die ganz schnellen Gewebe schon wieder so weit entsättigt sind, dass sie schon wieder in einem grünen Bereich sind. Während es jetzt mittlere Gewebe sind, die nach wie vor näher an ihrem M-Wert sind. Was genau das bedeutet und was wir genau damit noch anfangen können, das werden wir uns beim nächsten Mal auch noch mal genauer angucken. Und für alle, die wieder mitmachen wollen, haben wir hier eine kleine Fragestellung, die wir dann auch diskutieren werden. Und zwar, wir haben jetzt in unserem Urlaub den allerletzten Tauchgang. So, wir werden am nächsten Tag fliegen. Die Zeit reicht so, dass wir sagen, ja, das ist schon sicher, dass wir jetzt fliegen. Das Zeug trocknet auch. Alles ist in Ordnung. Aber immerhin wir fliegen da. So. Und das ist der letzte Tauchgang im Urlaub. Und wir möchten schon den Tauchgang möglichst vorsichtig machen und möchten einfach jetzt so sicher sein wie möglich. Jetzt gibt es zwei Tauchgruppen, zwei Tauchgänge, die angeboten werden. Nämlich eine auf 40 Meter, wo der Plan ist, wir bleiben bis erreichen der Nullzeitgrenze auf 40 Meter. Tauchen dann langsam auf und werden dann so im Bereich um die 10 Meter einfach noch ein bisschen weiter tauchen. So, dass wir insgesamt auch etwa 50 Minuten Tauchgang machen. Aber halt in der Tiefe nur bis erreichen der Nullzeitgrenze und dann wirklich flach. Also 10 Meter und flacher. Der andere Tauchgang geht nur auf 20 Meter, aber möchte auf 20 Meter so ungefähr bis erreichen der Nullzeitgrenze und dann langsam auftauchen. Und beide Gruppen werden etwa 50 Minuten tauchen. Bei welcher Gruppe wärst du jetzt dabei? Und warum eigentlich? Das kann sich jeder, der am Mittwoch wieder dabei sein möchte, gerne vorher schon mal überlegen. Was wir am Mittwoch dann tun werden, ist, dass wir nochmal genauer auf die Gradientenfaktoren gucken und darüber diskutieren, welchen davon wir denn für welche Art von Tauchgänge einstellen würden. Oder zumindest welcher Gradient denn was genau bedeutet. Was davon am sinnvollsten ist, da streiten sich Leute drüber. Wir wollen euch eigentlich nur das an die Hand geben, was ihr braucht, um für euch eine Entscheidung zu treffen, die ihr dann auch richtig findet. Wir werden ein bisschen noch mit dem Programm mit Subsurface spielen und damit etwas Tauchgangsplanung machen und werden uns dann halt auch nochmal angucken, was die Modelle eigentlich nur ahnen können. Nämlich der Risikofaktor Mensch. Leider sind wir kein mathematisches Modell und es gibt relativ viele Dinge, die in unserem Körper geschehen, die wir gar nicht so hundertprozentig genau verstehen. Und müssen aber trotzdem damit rechnen, wenn wir tauchen gehen. Das wird dann auch gleich einen kleinen Ausblick geben auf die nächsten Sessions, die dann noch kommen, wo wir noch ein bisschen weiter über Tauchphysiologie reden, wo wir über Taurequipment reden und wo wir ein bisschen mehr noch über das, was uns im Wasser eigentlich begegnet reden werden. So, ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und wenn ihr noch an anderen Kursen interessiert seid, habt ihr hier unten die Internetadresse, wo ihr uns finden könnt und welche anderen Kurse wir noch im Angebot haben, die auch komplett online möglich sind. Bis zum nächsten Mal! Vielen Dank.